Scheuerter Lahn! Wer hat dir denn ins Müsli gepisst? Ich kann nicht mehr tanzen. Oh, das überrascht mich aber. Ich brauch das Geld, Will. Ja, das Mitleid wurde überstrapaziert. Verklagen müsste ich diese Arschlöcher! Wie ist der Ort? Diskriminierung von schwangerer Frau, ja? Der Prozess ist so gut wie gewonnen. Dieser bescheuerte Bauch kostet Vermöge. Er kostet sich bald noch ne Menge mehr. Ist kein Ehre. Wenn es sie... Woher soll ich wissen? Sehe ich aus wie Hellseherin? Nein, tust du nicht. Aber dafür gibt's ja Technik. Ja, weiß ich, dass es gibt. Vielleicht rufe ich Stripper-Arbeitgeber an und sage, soll Faxen Versicherungskarte für Ultraschall. Ja?